Willkommen zum MMA, Mohamed Diallo gegen Harun, Uzun. Harun, auch hier kein Unbekannter, schon in die Kämpfe, Ralf werft sie nochmal mit wem. Höchst, Röten, ein starker Ringer. Lassen sich hier ab. Geht gerne ebenfalls. Der letzte Rundschirm, fast ein Dreck. Er hat ziemlich so aus. Jetzt geht Diallo rein. Er wird aber hier gestoppt von Harun. Wer ihn hier nicht anreißt, ich glaube der reißt ihn runter, geht wieder zurück in den Stand. Und schafft es hier, den Gehen dahinter zu bringen ist er aber selber fast im Kniegerand, so sah es für mich aus. Er hat jetzt hier in der Topposition. Allerdings noch keine gute Kontrolle. Dann packt sich hier die Guillotine von oben. Und der Top, eine solide Vorstellung hier von Harun Uzun. Die Guillotine-Choke aus der Mount, sieht man gar nicht so oft. Schon erst in der Submission gehen. So lange ist Uzo. Die Guillotine-Choke aus der Mount. Die Guillotine-Choke aus der Mount. Die Guillotine-Choke aus der Mount. Die Guillotine-Choke aus der Mount.